Hallo, 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 hier ist wieder ein neuer Sportvlog, wieder aus meinem Sportkeller. Aber heute werde ich nicht boxen oder irgend sowas, sondern ich habe mir vorgenommen, 150 Sit-Ups und 150 Liegestützen zu machen. Vielleicht mache ich dazwischen nochmal ein paar Klimmzüge oder sowas, deswegen habe ich den Boxsack da hinten abgehängt und nochmal zwei, drei Übungen zwischendrin. Auf jeden Fall heute nur Workout, nur sage ich so leicht, weil 150 Liegestütze und 150 Sit-Ups alleine schon werden mich schon an die Grenzen bringen, aber seht selbst nach dem Intro. So, das waren die ersten 15, das Ganze jetzt noch neunmal, hört sich leicht an, ich werde nicht mehr 15 am Stück schaffen gleich, aber es wird sich läppern. So, jetzt mache ich einfach mal die Musik an, dann wird es ein bisschen angenehmer für euch. Mmach, hmm, hmm. Oh, ho, 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 ho. Okay. wiping stehen dwelt就是 mit Chernobyl. Volley peuple neu beat der Grenzen. Geht ihr dran, wenn ihr seid? So, jetzt habe ich mich 헿, donkey sei es eine ganz einfach. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020